Darüber wollen wir sprechen mit einem Kollegen, den Sie inzwischen kennen dürften, Frieda Kümmerer, unser SWR-Bahnexperte. Hallo Frieda, da kann man schon mal fragen, haben wir da nicht irgendwie so einen hypermodernen Bahnhof in Stuttgart, der aber gar nicht an den Rest der Strecke richtig angeschlossen werden kann? Also tatsächlich angeschlossen werden kann er schon, aber es gibt ja einen Grund, warum wir hier gerade Milliarden in diese Digitalisierung investieren. Wir wollen ja mehr Züge in einem zuverlässigen Bahnnetz haben und wenn sozusagen die restliche Digitalisierung erst sehr viel später kommt, dann haben wir diese ganzen Vorteile nur erstmal hier innerhalb dieses Stuttgarter Netzes. Dann haben wir mehr S-Bahn zum Beispiel innerhalb dieses Stuttgarter Netzes, ist ja auch schon mal etwas, aber wir brauchen ja auch mehr Züge zwischen Stuttgart und Mannheim, wir brauchen ja auch mehr Züge vor allem auch im Nahverkehr und das würde alles erst sehr viel später kommen, wenn drumherum irgendwann diese Digitalisierung kommen würde und so lange kann man nach Stuttgart dann kommen, wenn der Knoten mal fertig sein sollte und funktionieren sollte und kann sich dann angucken, wie moderner Bahnbetrieb aussehen könnte. Nun haben wir aber gerade auch einen Argumentefilm gehört, was man sich ganz von der Hand weisen kann, es ist nur begrenzt Geld da, also macht es ja möglicherweise schon auch Sinn, erstmal vernünftig zu sanieren und dann erst digital auszubauen? Dann, wenn man kurzfristig Geld einsparen muss, dann macht das tatsächlich Sinn, weil man dann erstmal für die herkömmliche Technik nicht so viel Geld ausgeben muss, weil digitale Technik ist halt auch teuer und bindet Personal. Aber man darf auch nicht vergessen, die bisherige Technik, sagen uns zumindest Experten, die sind halt in ein paar Jahren so veraltet, dass es keine Ersatzteile mehr gibt, dann muss man digitalisieren. Das heißt dann auch, dann werden wieder alle Strecken gesperrt, das kostet dann noch mehr Geld und dementsprechend sagen Experten, Digitalisierung geht nur durch die Sanierung, die jetzt kommt und es könnte tatsächlich auch ein, sagen Experten, ein Erpressungsversuch, ein kleiner Erpressungsversuch der Bahn sein, um mit diesen neuen Plänen mehr Geld vom Bund zu erwirken. Wenn wir gerade bei der Bahn sind, also heute Morgen deine Recherchen veröffentlicht hast, bei uns beim SWR online, da gab es erstmal ein Dementi der Bahn im Netz, das heißt, die bezweifeln deine Recherchen? Die Bahn dementiert und Verkehrsminister aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein bestätigen, dass es diese Pläne gibt, die wurden denen so vorgestellt und natürlich, die Bahn muss das erstmal dementieren. Das sind Pläne, die sind noch nicht durch den Aufsichtsrat, die sind noch nicht sozusagen offiziell beschlossen. Aber diese ganze Sitzungen, die da stattfinden und die Gespräche, die wir führen, das haben ganz viele Leute uns erzählt, dass das die neue Strategie ist, die die Bahn jetzt fahren möchte und die Bahn kann immer erst dann sozusagen offiziell über Pläne berichten, wenn sie auch ganz offiziell beschlossen sind. Und wir beobachten genau, wie es weitergeht. Vielen Dank. Schauen wir mal. Danke, Frieder Kümmerer. Sehr gerne.